Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Programmierungen C. Heute geht es um Pointer auf Structures und dazu habe ich uns mal ein bisschen hier was gebastelt. Wir haben erstmal wie letztes Mal diese Videos Structure hier oben, dann haben wir hier eine Funktion definiert, damit der Compiler nicht rummeckert und wir haben hier unten die Funktion mit Inhalt gefüllt. Was wir im Prinzip hier tun ist, wir übergeben ein Video an diese Print Video Funktion und die Ausgabe ist dann einfach der Autor, Doppelpunkt, Video Punkt Autor und die Länge, Doppelpunkt, Video Punkt Länge. So und dann haben wir das Ganze mal mit Video 1 ausgeführt. Das Ganze sieht dann, wenn wir das machen wollen, so aus. Ja, gibt Autor, The Morpheus Tutts aus und Länge 10. Was auch immer, Stunden, Minuten, keine Ahnung. Gut, jetzt ist das Ganze nicht so üblich in C und auch nicht in C++. Normalerweise übergibt man einen Pointer auf dieses Video. Das liegt zum einen an Effizienzgründen, zum anderen an Speichergründen und so weiter und so fort. Es gibt verschiedene Gründe, warum man das machen sollte. Und deswegen zeige ich euch heute, wie ihr mit Pointern auf diese Structures arbeiten könnt. Dazu werden wir jetzt hier uns erstmal einen Pointer auf die Structure definieren und der wird so aussehen, dass wir erstmal einen Pointer auf diese Structure einfach hier ein und reinschreiben, so und Video 1, okay. Das Ganze liefert uns jetzt die Adresse, wo Video 1 gespeichert ist. Also könnt ihr gerne mal nachgucken. Aber hier oben wollen wir keine Adresse bekommen. Also hier oben brauchen wir ein komplettes Video. Und das ist ein Problem. Jetzt wollen wir hier natürlich ein Video haben. Und dazu sagen wir, wir hätten gerne hier ein Sternchen vorne dran. Sternchen Video. Okay, so sind wir das Ganze ja schon gewohnt. Jetzt müssen wir es hier unten noch anpassen, dann läuft alles gut. Aber jetzt kommt der Teil, der neu ist. Und zwar, wenn ihr einen Pointer auf irgendeine Structure habt, dann könnt ihr nicht einfach sagen Video Punkt Autor, sondern dann habt ihr einen anderen Zugriffsoperator. Und dieser andere Zugriffsoperator ist der kleine Pfeil. Also ein Minus und ein Größer-als-Zeichen. Und hier auch ein Minus und ein Größer-als-Zeichen. Und dann habt ihr hier tatsächlich mit einem Member gearbeitet auf einen Pointer. So, und jetzt habt ihr alles, was ihr braucht. Jetzt könnt ihr es ausführen. Und im Prinzip habt ihr dann denselben Effekt wie davor auch. Nämlich die Ausgabe ist dieselbe, nur dass ihr jetzt mit Pointern gearbeitet habt. Warum sind Pointer irgendwie sinnvoll bei Structures? Naja, wie gesagt, erstens mal, wir kriegen hier nur eine Referenz. Das heißt, wir müssen nicht alles hier rein kopieren und dann wieder auf den Voraussprich ist es schneller. Zweitens, wir haben hier auch die Möglichkeit mit Pointern irgendwie Rückgabewerte zu realisieren. Das heißt, ihr könnt hier einfach einen Rückgabetyp bei Print Video machen. Zum Beispiel Struct Videos und dann Sternchen. Das bedeutet, eure Print Video-Funktion liefert euch jetzt einen Pointer auf eine Person zurück. Äh, nicht Person, auf ein Video zurück, logischerweise. Ähm, weil ihr hier jetzt natürlich keinen Return habt, funktioniert das so alles nicht. Aber im Prinzip würde es, ja, habt ihr eben mit diesen Pointern die Möglichkeit, einen Rückgabetyp zu machen. Macht im Fall von Print natürlich keinen Sinn. Aber das Ganze hatten wir ja schon im Fall von Arrays. Deswegen, das einzig Wichtige Neue ist hier dieser Zugriffsoperator mit diesem Pfeil und wie ihr das Ganze macht. Genau. Ja, das war es eigentlich auch schon wieder für dieses Video. Relativ kurz, aber auf jeden Fall nicht zu verachten, werden wir vor allem in C++ dann nochmal mehr brauchen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.